Der Sonntag hält wettertechnisch sehr viel Abwechslung für uns bereit. Der Tag beginnt zunächst mit etwas Sonne, aber auch einigen Wolken. Diese entladen sich dann am Nachmittag mit Regen. Die Sonne kommt nur noch spät zum Vorschein, um anschließend unterzugehen. In der Nacht kann es dann bei Temperaturen um die 2 Grad zu Schneefall kommen. Sonne und Wolken, das steht in den kommenden Tagen auf dem Programm. Bis Mittwoch soll es aber trocken bleiben und die Temperaturen bewegen sich fast nur im Plusbereich. Am Mittwoch werden Höchstwerte von 9 Grad erreicht.